Luca, weißt du, was ich letztens so gemerkt habe, was so bei uns Digital Natives langsam aus der Mode kommt? Arbeit. Also ich meine so richtige Arbeit, weißt du, so mit Händen und so. Und deswegen, wir haben lang überlegt, bei dem Namen Con Crafter, was könnten wir mit dir für eine Challenge machen? Aber dann kam uns die Idee, was, wenn wir Minecraft ins Real Life übertragen? Oh Gott. Hast du jemals in Real irgendwas gecraftet, irgendwas gebaut, außer Joints? Nein. Was ist mit dir, Heinz? Irgendwas gebaut? Ja, ist schon lange her. Ich habe mal so einen SM-Keller gebaut. Okay, lassen wir das. Gut, 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 gut. Vielen Dank.